Yo Leute, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge The Forest. Und ja, sorry wenn ich jetzt etwas leise reden muss und unser Feuer ist gerade ausgegangen. Unser Doppelfeuer von der letzten Folge. Und sorry wenn ich etwas leise reden muss, es ist gerade mitten in der fucking Nacht. Es ist 2.46 Uhr. Ich gehe auch bald pennen, weil ich bin müde. Und ja, ich muss aber hier voraussagen, es ist jetzt leider so, dass jetzt die Folgen nur noch zwischen 10 und 12 Minuten gehen können. Weil das andere Video, das ist schon seit 2 Stunden am Hochladen, erst bei 50%. Mit den, ich habe das jetzt ohne 60 FPS, ab jetzt kommen die Videos nur noch in 50 FPS. Ich hoffe es ist okay, 50 FPS. Wenn es gar nicht geht, nur noch in 30, aber 30 ist dann das Minimum von mir. Und ja, natürlich sorry nochmal, dass ich so leise rede. Und ja, heute hatte ich vor den Zaun hier fertig zu bauen. Hoffentlich schrieb man das in so 11 Minuten ungefähr hin und Vögel haut einfach nur ab. Mann. Ich habe den Baum noch mit umgekloppt. Jawohl, der Sashi-Style ist wieder unterwegs und... Was nehmen wir denn hier mal davon? Ich glaube wir nehmen mal gar nichts. Nee, komm wir nehmen einfach gar nichts hier. So, und jetzt haben wir da wieder außer Puste unser kleiner Stöcher hier. Wieder ein kleiner Nachtstream hier. Ich weiß nicht, ob ich nachher noch gut einschlafen kann. Wie nicht, gucke ich die ganze Nacht Fernsehen, was weiß ich. Kann man ja auch tun und dann wer anders immer mal hochladen. Hier, aufnehmen, hochladen. Morgen früh stehe ich auch um 6 Uhr auf. Das heißt, ab 6 Uhr morgen früh... Warum nimmst du diese scheiß Dinger nicht? Das heißt, ab 6 Uhr morgen früh kommen wieder Videos dann. Das ist so um 8 Uhr dann hochgeladen. Ja, wie man das kennt von mir. Typisch. Okay, das Ding stört mich jetzt. So. Und jetzt diesmal auch in Draw Distance Ultra. Es ist sehr hell irgendwie. Aber da kann ich ja nichts dafür, dass es in-game. Ja, okay. Gut. Ich würde mal sagen, hier einfach mal... Volle Pulle, volle Lotte hier. Das Holz reinballern in diese... In diese Erde. Mein Gott, diese Erde. Aber schon ist einfach nur geil, dass man das auch hier so bauen kann mit den Türen. Man kann jetzt bauen, wie man möchte hier in so Forest. Das ist richtig geil. Und das ist jetzt richtig eine Nachtschicht, was ich jetzt mache hier. YouTube-Nachtschicht. Naja, kann man ja auch mal machen. Komm, mal hier ein bisschen Energy mehr kriegen. Einfach mal Hashtag YOLO. Man kann ja in Hermanns Dorf gehen. Ist ja nur, glaube ich, ein Kilometer entferntes Dorf. Jo. Boah, ich freue mich so auf Just Cause 3, Mann. Montag, komm endlich. Es ist erst... Was ist heute? Ich gucke mal gerade auf meinem iPad, aber... Läuft die Stoppuhr. Heute ist Samstag. Ja, es ist nach 0 Uhr, das heißt, es ist Samstag. Und was ist mit diesem Baum gerade passiert? What the fuck? Ja. Ja, es ist heute Samstag, Sonnachmode auch noch zwei Tage. Und dann muss das mal installieren. Just Cause 3 geht natürlich wieder per Steam. Ja, 50 GB Steam. Dann kommt am Dienstag bestimmt die erste Folge am Dienstag. Ja, also am Dienstag kommt dann Just Cause 3, schon mal vorausgesagt jetzt. Und ja. Irgendwie bin ich gar nicht müde, Mann. Das ist so scheiße immer. Wenn man dann aufnimmt, dann denkt man so... Oh mein Gott, es ist ein Actionspiel. Ich kann jetzt hier schlafen. Ich will wissen, was passiert. Ich will uns weiterzucken. Ja, so denkt man dann immer. Aber... Nicht immer. Nicht immer. Nicht immer. Nein, 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 nein. Ach komm, ich schau das Ding hier mal um. Oh, wir haben genug Holz, wie es aussieht. Bambi! Hey! Bambi, in unserem Haus! Hey! Komm her, du alte Potsau. Nee, egal. Okay, jetzt habe ich es heute umsonst geholt. Oder nee, doch nicht umsonst. Ich würde sagen, wir machen einfach mal den hier. Äh, Book. Äh, Fire. Sending Fire. Genau. Einfach mal hier vorne dran. Das heißt, ähm... Ja. Das hier heißt dann so viel wie, äh... Betreten verboten. Hier wohnt der liebe Sashi LP. Wohnt hier. Ja, komm schon. So. Sehr schön. Ah! Ah! Das gibt's nicht. Toll. Ist ja hier schönen Arsch verbrannt. Und das ist jetzt ein Feuer. Das heißt, Warnung, äh, liebe Ureinwohner, die irgendwie gar nicht mehr existiert mittlerweile. Ich hab, ich hab ein Update gemacht vorhin. Und seitdem sind ja keine Ureinwohner mehr. Ist das normal? Äh, schreibt mal die Kommentare. Dass die Ure... Ob die Ureinwohner rausgenommen worden. Aber das glaub ich nicht. Das glaub ich nicht. Man fühlt sich irgendwie dann so komisch. So beobachtet, wenn keine Ureinwohner da sind. Hm. Ist ja nur ein Spiel. Ich meine, was hier passiert ist mir scheißegal. Aber irgendwie kennt ihr das. Äh, manche Spiele. Ich hatte schon mal Spiele gespielt. Das geht einem richtig nach. Da träumt man richtig davon dann. Das geht einem richtig nach, so ein Spiel dann. Also jetzt nicht The Forest. Aber ich hatte schon mal ein Spiel gespielt. So ein Horrorspiel. Da hatte ich zwei Nächte davon geträumt. Da hatte ich schon einen Schaltraum davon gekriegt, ey. Da hab ich... Da bin ich wach geworden. Hab in der Küche auf einmal gestanden. Warum? Weiß ich nicht. Fragt mich nicht. Ich bin schlafgewandelt. Ach, da muss ich auch mal aufnehmen. Das wär der YouTube-Hit. Saschi macht schlafgewandelt. Nachtstream, ich liebe dich. Ich nicht. Nimm ich müde. Aber das mach ich jetzt extra für euch Leute. Ich halte mich für euch extra wach. Ne halbe Nacht lang. Seid mir dankbar. Dankeschön. Könnt ihr euch die Kommentare schreiben. Vogel. Vogel. Das war's für heute. Das war's für heute. Das heißt, dann hört man alles und, ja, ist ja nicht gut. Und dass die denken hier, mit wem schwätzt der schon wieder? Ich rede mit den Spielfiguren. Wer kennt das? Ich rede mit den Spielfiguren. Schreibt's in die Kommentare. Jeder müsste es nochmal kennen. Und was ich auch immer lustig finde, ist, dass manche in die Kommentare schreiben, Erster. Das finde ich sehr lustig, irgendwie. Ist ein lustiges Spiel. Macht ruhig damit weiter. Das ist irgendwie lustig. Kann ich auch mal mitmachen. Ich bin nämlich der Erste, der das Video hochladen tut. Hey, ja, das wäre richtig fies, wenn ich... Ich könnte immer schreiben, Erster, weil ich bin der Erste, der das Video hochladet. Das heißt, wenn ich es hochgeladen habe, könnt ihr es innerhalb von einer Minute noch gar nicht sehen. Das heißt, ich kann dann schon gleich reinschreiben. Oder währenddessen, wenn es hochladet, kann ich schon einen Kommentar schreiben. Das ist lustig. Hopp, lade ich auf. Genau. Faut doch mal den Baum weiter ab hier neben, ey. Sag mal, das ist ein Typ hier, das. Und ich hatte vorhin mir ein neues Konvertierungsprogramm geholt. Ey, das hat eine ganze Stunde gebraucht zu konvertieren. Und dann war das auch noch nur halb so groß. Das heißt, die Aufnahme, ich habe jetzt drei Gigabyte. Die andere hat dann noch ein Gigabyte. Ich so, what the fuck? Eine Stunde dafür. Naja, okay. Ich so, okay. Wir haben es bald, wir haben es bald. Wir können es schon noch so ungefähr was hinkriegen. So, ich brauche jetzt die letzte Dose hier nicht mehr an Energy Drink. Wir haben, wie viel haben wir noch? Eine. Okay, ich würde aber sagen, wir nehmen mal hier. Ne, Dings haben wir noch genug. Dings haben wir noch genug. You can eat. Ne, komm, wir gehen das schnell braten. Äh, E. C, Cook. Da, C ist ja auch Cook hier. C. Kiste Cook. Wir craften uns demnächst noch eine Schürze namens Kiste Cook. Und die Geräusche ich immer her. Das sind die Türe. Die Tiere. Auch Türe. Das sind die Tiere. Das sind ein Elch oder irgendwas. Dieses Krach. Die ganze Zeit. Das ist bestimmt ein Elch. Oder unseren Atem, den wir hören. Ja. Da fällt auch schon der letzte Baum. Für jetzt. Weil wir sind schon bei eineinhalb Minuten. Ja. Meine Leute. Ich habe geguckt. Die meisten Zuschauer gucken Videos zwischen 10 und 15 Minuten. Deswegen machen wir so 11 Minuten immer reich. Dann kommen auch mehr Folgen. Dann habt ihr mehr zu gucken, Leute. Dann habt ihr mehr Folgen in der Übersicht. Ist auch gut. Und ja, dann würde ich auch schon wieder sagen, an dieser Stelle. Wir machen doch schnell das Feuer schnell an. Und es... Du hast es kaputt gemacht. Och Mann. Was ein Dreck. Dreck, Feuer. Magisch nicht mehr. Naja. Okay. Wie immer an dieser Stelle, ich speichere am Ende des Videos wieder. So. Das war jetzt nur eine Baufolge. Naja, Leute. In der nächsten Folge können wir ja ein bisschen erkunden gehen. Und wie immer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like, Abo oder Kommentar da. Und ja. Wie immer. Ich bin jetzt raus aus diesem Wald. Und i out. Wie immer fleißig rein. Wir sehen uns das nächste Mal in der nächsten Folge. Das ist Forest wieder. Bin ich wieder zurück im Wald. Und ja. Dann wie immer. Haut rein. Ich bin raus. Ciao. Euer Sachi LP. Und noch eine schöne Nacht. Ja. Ciao. Ciao.